Hallo meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Super Mario 64. Wir haben ja letztes Mal, wir waren ja letztes Mal hier so und haben was gemacht. Ich weiß jetzt, ich kann mich jetzt nur nicht genau mehr erinnern, was? Ich glaube, wir waren in diesem Level und haben den ersten Stern geholt. Pack. Ja, wir haben uns den ersten Stern letztes Mal geholt hier. Da holen wir uns jetzt mal den zweiten, würde ich mal sagen. So. Nur zu sagen, man kann sich das Level um einiges leichtern, indem man bei der vollen Uhrzeit, also 2, 3, 4 Uhr so jederzeit einfach so, so kann man sich das verleichtern, indem man so um 2, 3, 4 Uhr, was weiß ich, kann man, das geht immer, oh, da hält die Uhr nämlich still und so, das Feuer kann mal weg. Ah, das ist schnell, gut. Um Viertel vor ist es anscheinend, ist die Uhr am schnellsten. Gut, dann holen wir uns den Stern mal hier vorne, der hier so ist. Und da haben wir ihn. Läuft ja super momentan. Lass dir den Weg zeigen. Sogar eine Bestleistung. Äh, jetzt müssen wir kurz mal warten. Ich will mal, dass die, ich möchte, dass die stillsteht. Ich hoffe, das ist auch der richtige Zeitpunkt gewesen. Achte auf das Pendel. Und, ja, sie steht still. Bevor wir den zweiten holen. So, dann holen wir erstmal die 8 dritten Münzen. Äh, ja, soviel zum Thema. Gut. Weil die können wir nur ab, wenn die Uhr stillsteht, uns holen. So, dann ist hier noch einer, eine Münze. Und da ist eine Münze. Das wären schon mal 6. Au. Soviel zum Thema. Jetzt geht, jetzt mach ich das mal so hier. Alter. Ernsthaft? Jetzt mach ich mal alles die ganze Zeit. Was soll denn das? Äh, ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich da nicht hochkomme. Äh, ja. Das läuft momentan besser. Anscheinend einfach nur so hochspringen. Da. Alter, nee. So. So. Wieso immer an der Stelle? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, der springt jetzt. Der. Also, der will mich jetzt verarschen. Das meine ich. Jetzt bin ich hochgesprungen. Bin in die richtige Höhe gewesen. Und der geht nicht. So. Das ist... Hier. Äh, ja. Sag mal. Also langsam wird er mich verarschen hier. Eindeutig. So. Hier. 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 Jetzt bin ich hier wieder. Da ist... Da ist hier einer. Und... Und... Ich glaub, der will mich wirklich verarschen hier. Ich kann nicht mal so hoch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und davon ist er. So, da haben wir ihn. Erstmal den holen, weil das ist der schwierigste von einem. Meiner Meinung. Findet ihr acht Rundmünzen? Das ist der letzte Stern von... Von einem. So. Oh, was mach ich denn da? Jetzt ist es wieder total schnell. Achte auf das Bende, ja. Das wird jetzt nicht einfach, den Zohlen, den zweiten. Weil jetzt hab ich vor, den zweiten Zohlen. Genau das meine ich. Abfülle, Vorwärter, ist ja am schnellsten, die Uhr. Fülle nach. Normal schnell. Und jetzt müssen wir warten. Bis es komplett zwei ist. So. Ich hoffe, dass der ist jetzt... Der läuft jetzt nicht. Achte aufs Pendel. Ja. 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 Steht still. So. Das ist doch jetzt am besten, oder? Außer ich fall runter irgendwie, weil die Uhr mich verarschen will wohl. Die Uhr mag mich nicht. Oh, es war gerade eins. Jetzt muss ich wieder warten. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt still steht. Die ist... Das ist noch früher. Ich bin ein paar Sekunden, ein paar... Ich bin eine Millikunden Sekunde zu früh gegangen. Leider. Aber... Aber... Den Stern können wir uns auch mitlaufen, und... Während die Uhr läuft. Mit dem Zeiger, wo wir da reingekommen sind, wo zu den Sternen, kann man uns... Oh. Am schnellsten. Aber ist auch giggeil. Äh, ja. Den Zeiger kann man sich nämlich nur... Also den Stern kann man sich nur während die Uhr läuft holen, zum Beispiel. Aber es gibt auch welche, in dem man sich nur... So. Den Stern... Es gibt einen Stern. Da. Entschuldige. Es gibt einen Stern auch, in dem man sich nur bei Stoppen... Ne... Uhr holen kann. Und das ist der, den wir uns gerade geholt haben. Den... Den... Den Stern... Also den Stern... Den acht roten Mützenstern. Netter, wie es ist. Ja. Leben ist auch gut. Ja. So. Hier drauf, und dann... Hier hin. Jetzt, am besten. So, da haben wir ihn auch schon. Das ist der zweite Stern, den wir jetzt holen mussten. Okay, dann geht es wohl weiter... Mit dem nächsten Stern. Ja, wir haben noch genug Zeit. Das waren jetzt nur neun Minuten, so in etwa. Ach, das haben wir doch noch. Ist die... Ist die still? Stammst du denn? Stammt? Ja, sie steht still. Das... Den können wir uns jetzt nicht holen, den... Diesen dritten. Weil... Diesen Stern kann man sich auch nur bei Laufen holen. Da ist wieder diese acht roten Mützen. Genau das meine ich. Wieder falsch. So, das ist schon schwer eigentlich, aber... Gleich kommen wir nicht weiter. So habe ich das in Erinnerung. Äh... Ja, den kann man sich auch verstoppend holen. Das ist aber der erste. Den brauchen wir nicht. So, den... Da können wir auch noch hoch. Aber jetzt haben wir gleich ein Problem. Genau deswegen. Äh, da kommen wir noch hoch. Ich versuche mal so. Ein Versuch, was der hat. So, Fidde nach. Da läuft sie. Stammfe möchte ich auf. So. Die läuft aber jetzt nicht so total schnell, sondern normal schnell. Äh, ja. Darauf habe ich jetzt gewartet. So. Ist ja jetzt wirklich nicht so schwer. Da müssen wir einfach nur rumspringen. Daneben. 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 So. Hier. Da. 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 Okay. Da haben wir auch gleich mein... Dieses Uhrenlevel. Fertig. Vollständig. Ja. Das war jetzt mein Fehler. Also, von dem Feuer darf man sich eben... Jetzt darf man sich überhaupt nicht treffen lassen. Sonst ist man erledigt. So, da. Jetzt sind wir schon mal hier wieder. Und dann. Leider, wenn die zu... zu lahmarschig ist, dauert das um einiges länger. Aber man kommt nicht hin. Das war jetzt gar nicht geplant. So, ich habe mich nur kurz mal gekratzt. So, jetzt ist man nämlich hier. Nein! Äh... Was hat das jetzt gebracht? Haha. Lol. Äh... Aber... Wir sind jetzt... voll... ständig... runtergefallen. Am besten, wir warten ein bisschen bis Philippe vor. Da ist sie richtig schnell. So. Stammt vermächtig auf. Das ist ja nicht... Das ist jetzt auch nicht so schwer. Da sieht man schon. Die ist jetzt total schnell. Das wird jetzt auch... Das wird jetzt auch... Das... Doch, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, jetzt hier hochzukommen. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... So. Ja. Da brauche ich jetzt mal ein bisschen meine Konzentration. Da sind wir auch jetzt schon oben. Das war jetzt nicht geplant. Ah. Das nervt langsam, echt. Echt mal. Ich mach mal auf halb. Vielleicht läuft sie da ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, es gibt nur zwei Arten von langsam. Ja. Es gibt nur anscheinend nur zwei Arten von langsam. Oh, sie ist nur so einen Tick langsam, dass man das kaum unterscheiden kann. Nein. Also, nee, das möchte ich jetzt lieber nicht. Entschuldigung, dass ich jetzt so geredet habe. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. So. Hier hoch. What the... Ich weiß jetzt nicht mehr, wo man genau von dieser Sterne hin muss. Ich weiß nicht alle ausländisch, aber... Ich weiß schon welche. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wie man alle bekommt. Wir haben ja jetzt momentan... Wir haben ja jetzt momentan... Ähm, ja. Boah, das war knapp. Besser als... Komplett runterzufallen. Ich wollte schon sagen... Ah, da. Ich glaube, wir müssen jetzt hier drauf. Dann hier. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt war. Ich glaube... Mir ist irgendwie aufgefallen... Also, mir kommt es so vor, dass die... Teile bei dieser Urzeit... Oh, sowas, verstecken bleiben. Also, einmal... Irgendwie anhalten. Da. Da. Seht ihr? Irgendwie... Ganz... Ah, Mann, ey. Das geht doch nicht so... Wenigenschein bin ich komplett runter, aber... So, erst mal wieder ein bisschen nebengeholt. Jetzt sind wir hier... Jetzt muss ich... Ich muss langsam mal schauen... Ich muss jetzt mal noch... Die Zeit noch schauen. Ja, so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber... Komm, den Stern kriegen wir noch. Ja, so kriegen wir ihn erst recht nicht. Äh, was ist das? So. Das wollte... Ich wollte jetzt nicht runterkommen. So. So, dann hier hoch... Und hier. Und weiter geht's. Nach oben. Ja, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, echt mal. Aber komm, den kriegen wir jetzt noch. So, dann kommen wir jetzt... Müssen wir jetzt hier hoch. Erst mal ein bisschen Leben auffrischen. So, jetzt sind wir... So, jetzt müssen wir... Sind wir wenigstens hier. Äh, ich komm hier nicht weiter. Der sollte sich jetzt erst mal drehen. Und dann muss man... So, jetzt... Und dann können wir... So, jetzt... Du, jetzt... Und dann... Findest du... Deine... Und dann ... Stattkabel... Und dann... Und dann ist es... Und dann... Ich glaube, umso höher, umso schneller wird die Zeit. Sag mal, wie komme ich denn da hoch? Sag mal, wie komme ich denn da hoch? Genau, das meinte ich. Ähm. Ich hoffe, den schaffen wir noch, diesen Stern. Ja, so kriegen wir ihn erst recht nicht. Alter. Also erst mal. So, jetzt sind wir hier auch wieder. Da sind wir. So, jetzt sind wir nur noch hier. Ja, nein, 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 nein. Nein. Irgendwie geht er so schnell wieder hoch und runter. Der ist nicht so einfach zu bekommen, wie es aussieht. Jetzt kommen wir. Jetzt langsam... Langsam nervt es auch ein bisschen, dass ich die ganze Zeit runterfalle. Kommt der mal runter? Langsam geht das auf die Nerven. Also echt mal. Ja, der... So schnell wieder hoch und runter. So. Genau das meine ich. Wir sind doch vorhin so weit hoch gekommen. Und jetzt schaffen wir es nicht. Das geht doch so nicht. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich stoppe so lange jetzt hier nicht, bis wir diesen blöden Stern haben. Dieser Stern ist nämlich ganz oben. Und jetzt machen wir die drückt. Und... Und... Und die drückt. Und wenn wir hier hinten hinkommen. Jetzt sind wir wieder hier... Und... 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 Äh, ich versteh hier gar nix. Also langsam... Langsam vergeht mir hier was. Sooooooooooo... Komm, dieses Scheißteil jetzt langsam hoch. All runter. Kann doch jemand nur auf die Nerven gehen. So, hier sind wir. So, jetzt sind wir hier wieder. Ab hier sind wir runtergefallen. So, da. Langsam sind wir schon fast rum. Jetzt höre ich auf. Also langsam nervt's. Aber ist auch jetzt egal. Also, bis zum nächsten Mal dann bei Super Mario 64. Wir sehen uns dann und versuchen dann nochmal diesen blöden Stern zu kriegen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.